so eine weitere folge runde meister gejab was ist vor wie ich mal wieder schaser weil ich noch missionen ab so viel zu tun was warum schmeißt er mich ganz raus hier da haben wir gutes mit schuss haben wir nicht alles nein 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 zurück gibt es nicht wirklich gutes matches das ist ja ja es ist ein bisschen dumm ich weiß ich will mal anders miss ist außer station 2 und square das gibt es das wort auch nie aber es ist ja nicht so mein fall stehen hier ja gut da bin ich rein geschah einfach mal ne weiß wie wir es können so ganz einfach aber diese lustige bugs da und ich habe mir ja super pin da ja 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 Nein! Nein! Killstealing! Der rumleckt ja Bleib mal Nein! Das ist meine Ja! Ja! Nice! Second half?! Oh mein Gott! Ich hab die ganze Zeit hier rumgemacht! Ja komm! Wuhhhh... Mind-Shocking! Es gibt nichts schöneres als Mind-Shocking! Nein, 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 nein Ja komm, mach ich den Knecht in die nächste Runde Nein, 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 warum haben wir verloren Egal Ein Candy Ja, voll scheiß drauf Einfach mal nicht, da kann man gleich da reingehen, wenn gut ist Kann ja gleich die Kräne und alle mitnehmen Ja Warte, 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 ich muss was umstellen Ja, so So, komm Wunderbar Es ist alles ganz gut hier Ja, komm Es gibt nichts Gute Maps, das ist so doof Und wenn ich mette, es schäle, kommt keiner rein dann Nein, ich hab mich geschossen Nein Nein Juhu Oh man Schäleier Ach, schade Gute Ach, schade Ich bin mit dem Nein Ja mal gucken Was hier alles noch erwartet Oh das wird richtig schön Schön werden mit Kanonale, CS und Sub-Skills zu machen Ja ich weiß es mir im Internet Warum bin ich hier immer noch Erster? Nein Oh Metallic Jawoll Nein, neu, 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 neun, 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 neun Nein, neun, die No. Erster ist gut. Erster ist so. Nein. Meine Güte. Ja, mit meinen Internetleitungen da ist das wirklich nicht mehr so spaßig seit Juli. Das ist so richtig nervig. Ja. Ach, bin ich mir. Harte Arbeit. Komm. Ich will Shazer. Na gut. Was soll man da machen? Oh, wie ich nicht Shazer werde. Warum bin ich immer noch Erster? Meine Güte. Okay. Oh, es kill mich doch. Danke. Danke. Ich hoffe echt, dass es den nächsten, den nächsten Patch, dass so ein Abfakt kommt, wie ein Map oder irgendwas. Oder so eine Map-Sperre, dass, äh, dass vielleicht so viel Station 2 gespielt wird, dann automatisch so dann kommt, so, wenn man, ähm, Map erstellt, auch wieder Station 2, aber dann, äh, so eine Nachricht kommt, spielt auch mal die andere Map oder irgendwas in der Art. Weil hier ist mal jetzt Station 2, Chaser oder Square zu spielen, das ist irgendwie auch so. Andere Map-Maps werden ja nicht mehr gespielt, von daher, weiß ich auch nicht mehr, wenn, wenn man einen Raum erstellt, da kommt da keiner rein, dann hab ich auch, äh, aber, haben die meisten Leute irgendwie keine Lust, halbe Stunde zu warten oder so. Ist halt so. So lange nicht weg. Auf. Das kann ja noch ein bisschen. Ja, ich bin Chaser. Cool. Nee. Genau. Hehehe. Nienen. Nein. Worte. Nein! Nein! Oh, weg mit dir. Nein. Lass mich den Kennen Killed! Oh Gott! Meine Güte, ich bin ja nicht gut mit Kennen! Oh Gott! Das ist eine dumme Entscheidung! Oh Gott! Kennen! Das ist halt wie die von Cycle 2 spielen oder so aus einer Art! Oh Gott! 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 Oh Gott!